Meine Damen und Herren, Sie können den ganz großen Baum gewinnen. Hier 3.500 Euro. Viel Spaß noch. Ich sag mal Tschüss und gute Nacht. Tschüss und gute Nacht. Und ich hoffe, Sie schlafen jetzt nicht ein. Es wird nicht langweilig. Wir bleiben bei den acht letzten Versuchen. Und ich, ich habe ein neues Spiel mitgebracht. Und das werden wir, sobald hier die acht letzten Versuche durch sind, auch anfangen. Also muss jetzt innerhalb dieser letzten Versuche jemand lösen. 3.500 Euro gibt's zu gewinnen, wenn Sie mit dabei sein wollen. Sie müssen immer noch über 18 sein. Habe ich einmal, glaube ich, gehört. Oh, jetzt habe ich einen Klingeln gehört. Wer ist denn da? Hallo? 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 Was machen Sie denn da? Hätte ich jetzt wohl sagen sollen, herzlich willkommen bei Money Express. Hat derjenige nicht verstanden, dass er schon in der Sendung ist? Ich gebe jetzt sieben Geldpakete her. Wenn Sie auflegen, können wir natürlich leider hier schwer jetzt einfach so selbst was reinschreiben. Nochmal die Chance. Sagen Sie mir, was wir hier reinschreiben sollen. 3, 2, 1, los! Das garantiert die 400er Grenze knacken. Vielleicht sogar die 500er Grenze. Es lohnt sich. Ja! Herzlich willkommen! Sie können jetzt gewinnen. Wer ist da? Hier ist der Peter. Peter! Wenn du dich jetzt löst, gibt's ganz viel Geld. Was hast du raus? Bier. Wie bitte? Bier! Bier! Das ist getränkt Bier. Passt aber nicht. Es tut mir leid. Nein, wegen dem I ganz hier oben. 15 Pakete jetzt... Ja, wenn ihr... Komm, schreib's rein. Wenn wir schon weiter spielen hier, dann auch mehr Geld. 15 Pakete 3, 2, 1, weiter geht's! Ja, also ich wusste doch, es funktioniert. Herzlich willkommen! Wer ist denn da? Hallo, hier ist die Rene. Rene! Was haben Sie raus? Ähm, der Bock. Der Bock... Nein, sieht nicht passend aus. Das C hier oben im Buch macht die Antwort Bock kaputt. Wir machen jetzt noch mal weiter. Komm, jetzt schreib mal 18 Geldpakete rein. Ich öffne noch mal die 10 Leitungen. Jetzt haben wir so viele Chancen, da können wir nicht so schnell aufgeben, Probleme gehabt zu haben mit den Lösungen. Dass da schon zwei, drei Falschantworten kamen. Aber sie sind heute so gut. Ich glaube, sie lösen jetzt. Wer ist denn da? Hallo? Hallo! Was machen Sie denn nur? Jetzt können Sie kein Geld gewinnen und ich öffne noch mal die Chance für alle anderen. Jetzt können alle anderen noch mehr gewinnen. Dankeschön. 20 Pakete ab jetzt. Haben Sie es, dann nutzen Sie die 10 Leitungen aus. Die sind nicht so schwierig zu treffen. Sie haben es geschafft. Sehr gut. Was haben Sie sich überlegt? Ähm, das Beil. Das Beil sieht... Beil sieht passend aus. Ja, zwar lauter L-E-I irgendwie verdreht, aber es passt. Du hast 1000 Euro gewonnen. Wenn Sie durchkommen, dann gewinnen Sie auf jeden Fall. Ja, jawoll. Herzlich willkommen. Wer ist denn da? Günther, hallo? Günther. Löse jetzt. Was kommt raus? Also ich hätte noch das Bett gehabt, aber ich habe jetzt gerade gesehen, als ich angerufen habe, das geht, glaube ich, gar nicht. Passt du noch was auf die Schnelle? Was passt? Nee. Nee? Sorry. Aber was rufst du denn da noch an? Bleib mal in der Leitung. Du wolltest bestimmt einen Trostpreis, oder? Ja, 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 ja. Was kriegt er? 50. Okay. Also, jetzt haben wir doch genau gesehen, das habe ich gemein. Ich kann jetzt auch hier 50 Leitungen aufmachen und es würde keiner durchkommen. Oder? Hat doch niemand. Oder doch? Ja, Sie beweisen mir jetzt, Sie können das. Wer ist denn in der Leitung? Hallo, hier ist Helga. Helga. Haben Sie lange überlegt? Ja, ein wenig. Ein wenig. Oh Gott, dann hoffe ich, alles beachtet. Was kommt raus? Das Bord. Ja. Wie, nein? Wie, Bild? Das D. Hat die nicht gerade Bord gesagt? Ach, Bord! Ja. Nein! Nein! Das Bord geht nicht wegen dem D. Hattest du gedacht, das würde mit T geschrieben werden am Ende? Jetzt ist sie natürlich schon weg und ich werde jetzt nochmal die Leitung öffnen. Das andere bleibt mir ja nicht übrig. Achtung, ich nöse jetzt einfach schnell auf, ja? Jetzt währenddessen. Wir hätten bei den Automarken mit A den Amilcar gehört. Dann hätte es 3.700 Euro, glaube ich, gegeben. BSA, das habe ich mit gemeint, das ist doch machbar. Also hallo, drei Buchstaben für so viel Geld. Jetzt das hier noch, der Stalker's Choir, den hätten sie noch nennen sollen. Dann ist noch hier eine Lösung drin. Der OTAF und dann hat noch gefehlt bei dem Spiel von Stefan. Der Fass, wieder drei Buchstaben. Also wer sich so ein bisschen auskennt, der hätte es definitiv schaffen können. Eine Minute und 20 Sekunden noch, wenn Sie hier wissen, was da rauskommt. Oder wollen Sie gewinnen? Ich drücke Ihnen die Daumen. Und es hat geklappt. Jawohl! Herzlich willkommen! Wer ist am Telefon? Hallo? Hallo? Es hat geknackst. Hier sind noch 17 Sekunden drauf. Es war die letzte Chance. Ich habe mich reingeritten. Jetzt ist es auch noch meine Schuld, oder was? Was machen Sie denn? Das gibt es doch nicht. Was wäre denn noch gegangen? Also der Boss, den habe ich gemeint. Oder das Boot wäre auch noch gegangen. Jetzt muss ich hier Tschüss sagen. Und das ist wirklich das Letzte, was ich wollte. Morgen bin ich auch noch nicht da. Mensch, jetzt kann ich das nicht mal gut machen. Ich übernehme den Montag. Ich komme am Montag wieder um 12 Uhr. Und ich werde das wieder gut machen. Es tut mir so leid. Ach Mensch, warum legen Sie denn nur auf? Tschüss! Au! Au!